Was richtig ist? Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Willkommen zu einem kleinen Let's Play Together GTA 4. So, ihr seht schon, ich bin ganz oben an dem höchsten Punkt von Liberty City. Höher geht es mit dem Helikopter nicht. Und da unten ist das Schwimmbad. Und da landen wir jetzt erstmal. Erstmal einen saftigen Basejump machen. So, machen wir mal eine kleine Hintergrundmusik an. Wow! So, Handy brauche ich jetzt nicht. Das brauche ich noch nicht. So, das sind wir angelangt auf dem Boden. Und jetzt müssen wir mal gucken hier, was wir hier machen. Und zwar... Erstmal ein paar Leute abmurksen. Das ist doch klar. Standesgemäß natürlich. So. Und jetzt brauche ich nämlich ein Fahrzeug. Weil ich jetzt den Stunt machen werde meines Lebens. Dazu nehme ich diesen Lamborghini, der hier gerade bereit steht. Und den werde ich jetzt gleich nehmen. Und mit diesem Lamborghini werde ich einen Stunt machen. Einen Autostunt mit einem Basejump verknüpft. Was das heißen soll, das werdet ihr jetzt gleich mal sehen. Wir werden nämlich erstmal zur Position fahren, wo wir den Stunt machen werden. Aber wir werden erstmal das Auto wechseln vom hässlichen Grau zum schönen giftgrünen Fahrzeug. Nämlich diese Karre sieht doch deutlich besser aus als die andere graue Karre. Hier werden wir unseren Stunt machen. Oh, können wir auch mal höher machen. Ah, das könnte knapp werden, Leute. Aber wenn wir genug Speed drauf haben, also genug Grip, können wir das schaffen. Und dann könnten wir schön in die Landschaft gleiten. So. Lebens Energie ist voll. Motor ist auf 100%. Jetzt müssen wir nur noch die Karre starten. So. Also, Leute. Moin, moin. Los geht's. Auto. Achtung. Freier Fall. Base Jump. An. Fallschirm. On. What the fuck ist das? Yo. Hier bin ich, Leute. Moin, moin. Hab's überlebt. Nach dem 100. Mal. Egal, Leute. Ich hab's geschafft. Ich lebe noch. Und ich sage tschau, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Hey, Flo. Ich habe einen Bomben Gameplay für dich. Er spielt auf Nuketown. 47 Kills. 17 Tote. Geht 9 Minuten. Und ich bin nachgejoint. Bitte um Antwort. Mit freundlichen Grüßen. Magic Home. Bin bei 1 zu 1 gespammt. Ab da aufnehmen. Jo. Werden wir mal schauen zu Magic Home, ob ich das Gameplay dann nehmen werde. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Sag ich nur. 1. 5.